Hallo und herzlich willkommen zurück zu der Metal Gear Toilette 5 der Phantomschmerz. Ich bin Oni und wir holen heute unseren zweiten Waffenschmied. Äh, ja. Da. Diese Mission. Die Mission. Von der Seite. Auch kein Auto, glaube ich. Können wir so starten. Ich fange, glaube ich, einmal ganz kurz in Rot. Aber danach musste ich sowieso noch neu laden. Ich glaube, ich hätte eine andere Schaftschutzung mehr nehmen können. Das ist ja doof, habe ich dir vergessen. Ich glaube, es hat nämlich ein Schalldämpfer dran. Hoffe ich. Ich markiere mal hier. Ich weiß, wie ich hin muss. Begleiter. Aufklärung. Da geht den Punkt. Hier und sind die Schördämpfer. Ich habe die Schüße, die Schördämpfer. Ich habe die Schördämpfer. Ich habe die Schürdämpfer. Sehr gut, sehr gut. Oh, da weiß ich schon, wo mein Ziel ist. Aber trotzdem hat man auch irgendwie Schüsse. Oh, jetzt die Arm. Ich mach mal da hoch. Diesen Marker löschen. Oh, hab ich gut getroffen hier auf dem Feld. Oh, Sandstorm. Hint, hast du denn dann analysiert? Gar nichts. Ach, das ist das, wo ich auch Emmerich rausgeholt habe. Und zwar nicht Roland. So. Und zwar nicht Roland. Oh, ich kann auch so liegen gehen. Aber jetzt bestimmt nicht mehr, siehst du. Oh, ich weiß nicht. Ob die wohl in einem Gebäude drin sind? Oder irgendwie ein Zelt. Da schläft. Na, schlaf endlich ein. Sehr gut. So, mein Freund. Na. Ist doch der Richtige? Nö. Ja, diesmal bist du so. Kommt's mit. Und stein. PsyDop. 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 List. Updates. Okay, subject is in. Extraction arrived at the base. He's coming too. Roger that. Keine. He's coming too. es ist auch so markiert hier gar nicht gesehen Oh, Moment. Ich muss den mal eben ausschalten. Darum kümmere ich mich gleich. Jetzt läuft der erste zurück. Die ist da hinten. Oh, du willst mich immer weg. Okay. Oh, was gibt es da gar nicht? Ja, das ist doch. Oh, Mensch. Oh, Mensch. Sehr gut. Geht's da? Ja, da geht's hoch. Die Dinger hier mitnehmen. Das ist immer so laut, die Türen hier öffnen. Ey. Dürfen die nicht sehen? Die ist weit genug. Was können die eigentlich? Die eine gar nichts. Der. Kippt noch was. Du da, 53 Meter auch, ne? Oh, und so. Jo. Ich glaub, da ist die Scheibe inzwischen. Das ist doch doof. Oh. Ja. Das ist doch so. Das ist doch so. Die Sonne wird momentanilich aufgerufen. Hm. I can't see it. I can't see it. I can't see it. Okay, der eine schläft. Das ist gut. Ich muss hier den Bordstein. Verdammt. Verdammt. Ach so, der ist so weit weg, aber gut. Schuss. Haha. Die hinten haben sich gesehen. Analyse ist fertig. Das liegt auf dem Bord. Die anderen haben wir geholfen. Feuer! Analyse ist fertig. Haha. das war's da kommt man so hoch schöne abkürzung angriff ach ja ich hoch schade sonst nicht mal nicht so anstellen ganz nett kein getötet ja 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 Ähm, heh heh. jetzt fühlt es sich echt alle hier wird er kommt dann auf klicke dahinten was kannst du denn dass du das markiert bist das sind noch einer hier kriegst mich ja ja Komm schon. Ach ja. Ich denke, dass ich das mal abknallt. Den hat es aber nicht getroffen. Den aber. Ich glaube nicht. Wir werden nicht sehen, dass ich mich... Ich glaube nicht. Oh! die das gerne abschießen da runter wollte ich jetzt nicht obwohl eigentlich unten durchlaufen ein bisschen tief tut bestimmt sehr sehr wie Ach ja, ich halte ja besser Schrott. Stellt ja nicht so an. Hast du nun davon. Da kommt ja ein Dach auf, das kannst ja nicht machen. Ich habe einen Dach. Ich habe einen Dach. Wo kommst du her? Von hinten? Da. Doch nicht von da. Scheißlappe. Scheißlappe. Hm. Na, 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 na. Wo, du bist du? Von hinten? Nee, das war doof. Ich wollte nicht das machen. Ah, Mann. Oh, 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 Mann. Wohin denn? Da gibt's doch nix mehr. So, den Typen muss ich mitnehmen. Gutes an den... Ja, so neben Posit... äh... Ach, neben Posit... Neben, äh... Mission, da wird man nicht, äh... am Ende noch so... bewertet. Schläfst du da hinten an die Mittelwelle? Oh, ja, da haben wir gar nicht getroffen. Oh, ja, da haben wir gar nicht getroffen. Roger that. Schläfst du da hinten an die Mittelwelle? Rion! 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 Zumindest habe ich diesmal nicht die ganze Zeit Nachschub anfordern müssen. Aber irgendwo, also wenn ich den getroffen habe, dann muss er hier irgendwo liegen. Weil hier war ja einer, der hat mich beschossen. Finde ich aber nicht. Was liegt da? Bestimmt Schalldämpfer. Oder ist nur Autoskarte. Was? Gas. Kein Pflanzes gut. Ich sehe hier nichts. Feuer. Ein Auto. Ein Laster. Wo? Ein Auto. Ein Auto. Ein Auto. Ein Auto. Ein Auto. Ein Auto. Es ist jemand da, wie es geht? Ein Auto. Ein Auto. Die nehm ich mit. Frag mich ja, warum der eine nicht wegrennt, wenn der andere umfällt. Obwohl ich ja den hinteren getroffen hab zuerst und hat der andere das vielleicht nicht gesehen, aber es war ja immer noch sehr laut. Na, kommt sie jetzt nicht. Da ist ab. Also muss ich sie nicht nochmal herruhen. Alter, das ist aber auch ganz schön gefährlich hier mit der Stromleitung. Sagen wir mal, das Fahrzeug ist weg. Hm? Ja. Was? Ja, gut. Ich sag dann mal bis zur nächsten Folge. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüss. Vielen Dank.